Wie suchen Sie die besten Studenten vor Ort? Wie suchen Sie die Studenten, national und international, der Fächer Biologie, Biomedizin, Molekularbiologie, aber auch, was eine Besonderheit ist, Ingenieure. Bei den Medizinern ist die Voraussetzung, dass sie bereits eine experimentelle Doktorarbeit hinter sich haben, bei den Naturwissenschaftlern eine exzellente Masterarbeit. Für die internationalen Studenten ist natürlich eine gute sprachliche Kompetenz auf jeden Fall Voraussetzung, weil das gesamte Programm in Englisch läuft. Gute zusätzliche Kriterien sind immer, wenn Sie noch schon Vorträge gemacht haben, Preise gewonnen haben und wenn Sie ebenfalls auch schon publiziert haben.